Sie sind die Helden einer ganzen Generation. Doch das ist keine Show. Das ist ihr echtes Leben. Der bewegende Blick hinter die Kulissen. Einmal habe ich ihm aus Versehen die Zähne ausgeschlagen. Unglaublich nah und schonungslos ehrlich. Die packende Doku-Reihe WWE Legends als Deutschland-Premiere. Ab 10. Februar 20.15 Uhr auf ProSiebenMax.